Herzlich willkommen zu unserer Interviewserie bei NäherDram, wo wir uns um die niederösterreichische Landespolitik kümmern und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, den Landtagsabgeordneten und Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich, Bernhard Ebner. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Und gleich mal die Frage, frisch getestet oder hat man sich schon daran gewöhnt, dass wir andauernd quasi erst Testobjekte erhalten müssen? In Wahrheit, ich sage meistens, ich bin ständig getestet. Wir haben ja mittlerweile in der Volkspartei Niederösterreich bei uns im Haus eine betriebliche Teststraße eingerichtet. Zweimal in der Woche mit dem Roten Kreuz gemeinsam testen wir alle Mitarbeiter durch und natürlich bin ich da auch immer dabei und einmal in der Woche gehe ich zu einem PCR-Test. Also eigentlich immer getestet und bis jetzt auch immer negativ und das ist das Positive. Corona, positiv ist ein gutes Stichwort, ist natürlich das bestimmende Thema auch in Niederösterreich und jetzt fängt, ich sage jetzt einmal, in Österreich so langsam dieses der eine darf was, was der andere nicht darf. Also wir haben die Diskussion über den Impfpass oder speziell jetzt Vorarlberg geht jetzt mal voran und ist mit den Öffnungen früher dran. Was ich so mitbekommen habe, die Niederösterreicher durften auch gerne schon früher ins Wirtshaus gehen und alles haben. Bei uns liegt die 7-Tage-Inzidenz letzte Woche bei 194. Das ist aber schon relativ viel. Wie reagiert Niederösterreich darauf oder Sie? Naja, man muss ein paar Sachen, glaube ich, unterscheiden. Was positiv ist und das teilen wir uns mit Vorarlberg, also Niederösterreich und Vorarlberg sind die beiden Länder mit der geringsten Sterblichkeit, was Corona betrifft, in ganz Österreich. Also das ist einmal das Positive. Auf der anderen Seite erleben wir mit Vorarlberg ein Land, wo jetzt Sondermaßnahmen getestet werden, in einem Land, das sehr klar topografisch auch abgegrenzt werden kann. In einem Flächenbundesland wie Niederösterreich muss man ganz klar sagen, wird das nicht funktionieren. Dazu haben wir viel zu viele Möglichkeiten, wo etwas auch in das Land hereingetragen werden kann. Und das dritte ist dann, ja, natürlich würden wir auch gerne mehr aufmachen, weil unser Landeshauptfrau hat sich ja da ganz stark eingesetzt. Erstens einmal, dass die Vereine quasi den Nachwuchssport wieder starten können. Zum Zweiten natürlich auch für unsere Wirten. Bei dem einen hat sie sich auch durchsetzen können. Nachwuchssport soll ab 15. März wieder möglich sein. Und bei den anderen, bei den Wirten wissen wir jetzt, dass ab 27. März die Scharnegärten öffnen können, aus heutiger Sicht. Wenn gleich eines klar ist, das sind Prognosen in der Zukunft, wo wir heute alle nicht wissen, wie entwickelt sich die Situation, was die Inzidenz betrifft, was natürlich die Mutationen des Virus betrifft. Da gibt es vieles, was unsicher ist auf diesem Weg. Aber ja, für uns klar ist, wir wollen so bald wie möglich, so bald es möglich auch aufmachen, damit auch die Niedersträucherinnen und Niedersträucher auch wieder unter anderem auch zum Wirten gehen können. Weil eines, und das muss ich schon ganz klar sagen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es so mit seit einem Jahr Corona, also es zipft uns in Wahrheit alle schon richtig an. Ja, absolut. Also einen richtigen Freudenschrei, wenn ich da gleich anknüpfen darf, von den Wirten hat es jetzt auch nicht gegeben, sondern diese Öffnung der Scharnegärten wird auch eher als Tropfen auf den heißen Stein empfunden, wenn man es weder Ende März weiß man auch noch nicht, ob das überhaupt saugt, beziehungsweise es gibt auch Wirte, die keinen Scharnegarten für 200 Leute haben. Da ist es jetzt, da gehen mal bei einem kleinen Kaffeehaus, wo normalerweise 8 Leute draußen sitzen, auch relativ beschränkt, die Sinnhaftigkeit. Musst du auch da unterscheiden. Auf der einen Seite, wenn wir zurückdenken, letztes Jahr Ostern, da kann ich mich erinnern, da war ein strahlender Sonnenschein, ganz warme Temperaturen, also da ist es super gewesen. Also wir hoffen aber auch auf ein kurzer Zeit. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Wirte, gibt es natürlich auch Unternehmer, die nicht die Möglichkeit haben mit einem Scharnegarten, das stimmt schon, und die müssen sich dann überlegen, sperren sie auf oder sperren sie nicht auf. Wichtig ist, ist, dass die Unterstützung des Bundes auch in diesem Fall auch weitergeht, auch greift. Das tut sie ja bei den Wirten. Wir wissen, da waren zum Beginn ja 80% Förderungen, jetzt mittlerweile Fixkostenzuschüsse und dergleichen mehr. Also ich glaube schon, da hilft das Bund, da wird auch geholfen, dass sie über die Runden kommen. Hilfe ist ein gutes Stichwort, viele Menschen brauchen Hilfe. Die Bezirksblätter haben eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben, auch mit Niederösterreich-Ergebnissen. Und zum Beispiel 81%, also vier von fünf Niederösterreichern haben wirklich viel Angst vor der finanziellen Zukunft. Stichwort Kurzarbeit oder auch sogar die Arbeitslosigkeit. Also ist ja auch rekordhoch 14% gestiegen im Februar. Und noch immer die Hälfte klagt über hohe seelische Belastung, einfach weil Homeoffice und alles an Daheim sehr belastend ist. Was sagen Sie, wenn Sie diese Zahlen sehen und was kann die Politik da tun? Also beide Ergebnisse kann ich auch nachvollziehen. Wir selbst machen ja immer wieder Umfragen. Unser Landeshauptfrau sagt immer, Niederösterreich ist das bestvermessenste Land von allen. Und ja, auch wir wissen, dass das Thema Arbeit das Nummer-Eins-Thema in Niederösterreich ist, beschäftigt viele. Natürlich geht es darum, Arbeit zu behalten oder Arbeit auch wieder zu finden. Und ja, das Thema Arbeitslosigkeit ist ein großes, wobei auch da muss man sehr selektiv vorgehen. Es gibt Branchen, wo Facharbeiter gesucht werden, wo Arbeitskräfte gesucht werden, bis hin zu Sekretärinnen gesucht werden. Und es gibt Branchen, Gastro haben wir zuvor schon angesprochen, wo es natürlich zur Zeit extrem schwierig ist, wo fast alle noch in Kurzarbeit sind und die Kurzarbeit zum Glück jetzt ja auch verlängert wurde bis Juni. Aber wo man einfach merkt, auch hier gibt es große Unterschiede. Auf der einen Seite werden Arbeitskräfte gesucht, auf der anderen Seite gibt es viele, die arbeitslos sind. Und da muss man halt noch schauen, wie finden die zusammen. Das geht auch über Qualifizierung. Das geht auch darüber, dass die Arbeitslosen sich auch in Qualifizierung selbst auch begeben. Gerade im Pflegebereich zum Beispiel suchen wir extrem viele Arbeitskräfte und auch hier wollen wir Anreize schaffen, dass es hier zu Umqualifizierungen auch dementsprechend kommt. Nur ein Beispiel, ein positives Beispiel in Zeiten wie diesem Niederstreich ist ja von allen neuen Bundesländern das Bundesland, wo die Arbeitslosigkeit quasi am wenigsten hoch gestiegen ist. Und wir haben sogar einen Bezirk, den Bezirk Zwettl, interessanterweise, wo die Arbeitslosigkeit sogar gesunken ist, jetzt im Vergleich zum Vorjahr. Warum? Das kann ich jetzt ad hoc noch nicht beantworten, da sind wir dabei das auch zu evaluieren. Aber es ist halt ein Bezirk, wo eingependelt, ausgependelt wird, wo viele auch auspendeln und vielleicht hängt das auch mit diesen Faktoren zusammen. Wenn wir noch einmal auf die seelische Belastung kommen, weil die ÖVP ist ja sehr breit aufgestellt, also die Partei der Bünde. Was ist wirklich Ihr Feedback von den Frauen über die Jugendorganisationen, vom Wirtschaftsbund? Also wie stark ist der Druck auf diese Öffnungsschritte? Oder lasst uns endlich wieder raus? Oder was sagen die Leute auch, worum sie wirklich leiden? Also wird bei Ihnen viel Leid geklagt? Naja, wir haben es vorhin schon gesagt, uns selbst betrifft es ja auch. Also mich selbst, muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch nicht jeden Tag super, dass man aufsteht und sagt, wir haben immer noch Lockdown. Sondern es ist natürlich, es drückt auf die Stimmung, es drückt auf die Stimmung in der Bevölkerung, natürlich auch bei unseren Funktionärinnen und Funktionären. Eines, und das wissen wir schon als Volkspartei in Österreich, dadurch, dass wir die Vor-Ort-Partei sind, in jeder Gemeinde vertreten sind, spüren wir sehr genau, was draußen auch in der Bevölkerung los ist, was bei den Menschen auch tatsächlich die Stimmung ist, wie sehr auch sie bedrückt sind. Und ja, da gibt es viele, die bedrückt sind. Und da muss man auch helfen. Da hilft die Organisation der Volkspartei in Österreich. Wir haben rund 200.000 Mitglieder in ID Österreich. Das heißt, die sind strukturiert über die Teilorganisation. Und jede Teilorganisation hat für sich da auch Maßnahmen auch überlegt, wie sie mit ihren Mitgliedern auf der einen Seite, aber auch mit der Bevölkerung auf der anderen Seite kommunizieren können. Gerade der Seniorenbund ist ein Beispiel herausgegriffen, kümmern sich sehr, sehr intensiv auch um die Senioren in Niederösterreich. Gerade jetzt, wo es um Impfungmeldungen usw. gegangen ist, hat der Seniorenbund sehr, sehr vieles gemacht, um auch hier bei den 80 plus zu helfen, dass sie sich anmelden können, dass sie auch einen Impftermin bekommen. Die Familie aus Kern der Gesellschaft, sage ich jetzt mal überhaupt, der in Niederösterreich ist momentan extrem gefordert. Da möchte ich Ihnen noch eine Zahl mit auf den Weg geben. Das ist nämlich im Bundesländervergleich die höchste Zahl in Österreich. 49,8 Prozent, also jeder zweite Niederösterreicher, ist dafür, dass die Sommerferien gekürzt werden. Aber auch mit dem Argument, der Lernstoff muss nachgeholt werden, weil das ist ja kein Geheimnis und sagen eigentlich alle, egal ob Eltern, Lehrer oder die Schüler selber, so viel Stoff wie in einem normalen Schuljahr haben wir natürlich nicht durchgebracht. Wie sehen Sie diese Zahl? Also man muss vielleicht einmal ganz klar sagen, egal ob Schüler, Eltern oder Lehrer, alle drei Gruppen leisten etwas Sensationelles in dieser Krise, aber speziell jetzt auch, was die Schule betrifft. Sei es die Eltern, wenn die Kinder daheim sind im Homeschooling, sei es die Schüler, die natürlich eine spezielle Herausforderung haben, auch den Stoff einerseits zu lernen, andererseits sich auch sozial mit ihren Freunden auch zu treffen, weil gerade in der Schule vor Ort passiert sehr viel Soziales und natürlich auch die Lehrer, die gefordert sind, sich umstellen mussten auf Home-Teaching quasi. Also auch da gibt es viele, die sich umstellen mussten und alle drei Gruppen haben wirklich Sensationelles geleistet und sind natürlich auch in Zukunft noch gefordert. Das war jetzt das allgemeine Lob, aber was halten Sie davon? Also die Hälfte der Niederösterreicher müssen kürzen. Wir haben zuvor schon, wir haben zuvor schon über eines gesprochen, dass es in Zeiten wie diesen schwierig ist, Prognosen zu machen. Aber die Sommerferien kommen, die Prognose kann man ja warten. Was wird in den nächsten Wochen und Monaten in den Schulen noch möglich sein, an Stoff und dergleichen mehr. Von unserer Seite her, also wenn man da die Verkürzung der Sommerferien hernimmt, das ein Thema wird natürlich sein, wie schaffen wir es den Sommer so zu nutzen, dass Defizite auch ausgeglichen werden. Ob das jetzt eine Verkürzung der Sommerferien sind oder ob das, so wie es der Bund auch anbieten wird, Ferienschule ist, wo es Ferienunterricht gibt, wo es vielleicht auch Stützunterricht gibt in den Ferien. Das muss man sich glaube ich jetzt noch anschauen, welches Modell dann auch das Richtige zu dem jeweiligen Zeitpunkt ist. Hängt natürlich auch davon ab, wie sich die nächsten Wochen auch entwickeln. Ist nicht die Wahrheit, dass sie speziell die ÖVP wahrscheinlich nicht mit der Lehrergewerkschaft anlegen kann, weil dass die das quasi gratis machen, ist ja wahrscheinlich ausgeschlossen. Ich glaube das Entscheidende dabei sind die Kinder. Die dürfen nicht auf der Strecke bleiben. Auf die muss man darauf achten und schauen, dass die möglichst gut auch dann aus der Krise herauskommen, möglichst gut dann auch das Gelernte auch bearbeiten können. Und dazu ist vielleicht das ein mögliches Instrument. Das muss man evaluieren, das muss man sich anschauen und dann auch dementsprechend die Maßnahmen setzen. Aber es ist schon überraschend, wie gesagt, im Bundesländervergleich, dass die Niederösterreicher da vorangehen. Obwohl ja eigentlich, muss man ja sagen, soweit ich das mitbekommen habe, in den Schulen das bei uns recht gut organisiert war. Also man war ja auch in Kontakt mit den Schülern, die Bildungslandesrätin und so weiter, aber trotzdem die höchste Zahl. Das wird ein bisschen überraschend. Also gerade unsere Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister hat sich massiv eingesetzt, ja dafür auch, dass die Schulen jetzt wieder aufgemacht wurden. Das ist ja auch dann passiert, wenn auch gleich jetzt nur im Schichtbetrieb, aber trotzdem, dass sie aufgemacht wurden, dass in den Volksschulen alle Schüler jetzt in den Klassen sitzen. Weil gerade, ich sage einmal, in den ersten, zweiten Klassen ist es ganz entscheidend, wo man Lesen, Schreiben, Rechnen lernt, dass man da auch Präsenzunterricht hat und natürlich auch bei unseren Kindergärten, wo die Kindergartenpädagogik einen super Job machen. Weil gerade in dieser Phase ist es extrem schwierig. Die sind ja ganz nah an den Kindern auch dran und dadurch ist dort das Risiko natürlich noch größer. Wir machen einen kurzen Schwenk in die normale politische Arbeit und lassen Corona kurz einmal hinter uns. Jetzt sind wir knapp ein Jahr türkis-grün. Die älteren Zuschauer wissen noch, schwarz-grün hat es früher einmal heißen. Wie hat sich das in Niederösterreich verändert? Kommen Sie jetzt mit den Grünen besser aus oder überhaupt mit NEOS, mit der FPÖ? Wie ist gerade die politische Großwetterlage? Also gerade unsere Landeshauptfrau hat einen neuen Stil in Niederösterreich geprägt, den Stil des Miteinander. Wo es darum geht, über Parteigrenzen hinweg, mit der Bevölkerung, mit den anderen Parteien, innerhalb der ÖVP, ganz stark das Miteinander auch zu leben, abzustimmen, Themen zu diskutieren und dann Entscheidungen auch zu treffen. Und dieser Stil wurde begonnen im Jahr 2017 und greift im Ort jetzt immer noch. Wir haben auf der einen Seite Arbeitsübereinkommen mit der SPÖ, mit der FPÖ, die Arbeitsübereinkommen werden jetzt auch abgearbeitet und auf der anderen Seite gibt es eine gute Zusammenarbeit auch mit den NEOS und mit den Grünen, wenngleich sowas immer auf Wechselseitigkeit auch passiert. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass dieses Miteinander das Niederösterreich gerade jetzt in der Krise so notwendig braucht und auch Niederösterreich auch gut tut, dass wir gut durch diese Krise kommen, dass das in Zukunft Kraft hat, dass man in Zukunft auch gemeinsam Dinge diskutiert, entscheidet und dann auch umsetzt. Trotzdem logischerweise ist die Opposition, speziell die kleinen Parteien, nicht immer auf einer ÖVP-Linie, wäre vielleicht aber auch viel verlangt, vielleicht auch. Auf jeden Fall haben wir uns umgehört, was die anderen so über Sie und die ÖVP aktuell sagen und ich sage jetzt einmal, wir hätten da eine Grußbotschaft samt Frage für Sie. Gerne. Bei meiner Frage geht es um das Thema Transparenz. Spätestens seit der Causa Novomatic wissen wir, alles was im Ibiza-Video gesagt wurde, ist nach wie vor möglich. Was meine ich damit? Gelder von Spendern fließen über Vereinskonstruktionen in die Parteikassen. Derzeit tauchen Namen von ÖVP-Funktionären wie Klaus Schneeberger, Wolfgang Sobotka im Zusammenhang mit Spenden der Novomatic AG auf. Das sind aber auch jene Personen, die damals maßgeblich das Gesetz verhandelt haben. Sprich, da ist ein bisschen ein ziemlicher Beigeschmack derzeit dabei. Daher konkret meine Frage. Kannst du es dir als Landesgeschäftsführer vorstellen, dass die ÖVP jetzt eine Transparenz-Offensive an den Tag legt und wirklich mal ganz klar sagt, wo es hier Kooperationen mit der Novomatic AG und ihren Töchtern gegeben hat? Warum sperrt sich die ÖVP Niederösterreich so gegen mehr Transparenz, was die Finanzen der politischen Parteien anbelangt? Das waren Indra Kolini von den NEOS und Helga Christmann von den Grünen, die wir um ein Statement und eine Frage gebeten haben und die sind sich ja einig. Also Transparenz, ÖVP, ja, nein, Offensive. Wie stehen Sie dazu? Also man muss mal eines sagen, unsere Landeshauptfrau hat gleich zu Beginn, wie sie Landeshauptfrau geworden ist, ein Demokratiepaket auch quasi in den Landtag geschickt und wurde beschlossen, wo es um sehr viel Bürgernähe, um Mitbestimmung, auch um Transparenz geht. Das war 2017, das ist ja mittlerweile auch in Kraft. Auf der anderen Seite gibt es natürlich da jetzt seitens den NEOS und den Grünen scheinbar Anschuldigungen, was die Novomatic betrifft. Hier muss man schon einmal an dieser Stelle auch ganz klar sagen, Novomatic ist ein Unternehmen, das in Niederösterreich die Steuern auch zahlt, das in Niederösterreich verankert ist und wo sehr, sehr viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher auch ihre Arbeit finden. Fakt ist, dass genau dieses Unternehmen in Niederösterreich in sehr, sehr vielen Bereichen als Sponsor tätig ist, sei es in Sportvereinen, sei es in Kulturorganisationen, sei es in anderen Vereinen. Überall dort ist die Novomatic auch verankert und unterstützt auch hier das gesellschaftliche, das kulturelle, das sportliche Leben in Niederösterreich. Auf der anderen Seite gibt es da Anschuldigungen, die jetzt auch kontrolliert werden und wenn man da den Klaus Schneeberger anspricht, der ja der Lieblingsgegner scheinbar von der Helga Krisma ist, da muss man eines ganz klar sagen, hier hat es zum Beispiel Unterstützung gegeben in manchen Bereichen, was die Stadt betrifft, wo er Bürgermeister ist, wo bei der Landesausstellung zum Beispiel da oder dort auch unterstützt wurde. Nicht nur von Novomatic, sondern auch von zahlreichen anderen Vereinen auch und daher ist das eine Aufregung, ein Sturm meiner Meinung nach auch im Wasserglas, was das betrifft. Auf der anderen Seite, wenn wir die NEOS noch ganz kurz hernehmen, eine Partei, die rein über Spenden von Herrn Hasensteiner gegründet wurde und auf diesen auch fußt, finde ich immer spannend, wenn die dann sagen, es darf keine Spenden geben. Also auch hier, ich lade beide aber auch ein, dass sie wieder zurückkommen auf die sachliche Ebene. Transparenz ist ein Thema, das wichtig ist. Transparenz ist etwas, wo wir uns im Wahrheit auch gar nicht dagegen sträuben, sondern es gibt da klare Vorgaben auf Bundesebene, klare Gesetze, was ein Parteienfinanzierungsgesetz betrifft, wo der Rechnungshof auch nach mehreren Möglichkeiten auch Einschau halten kann. Es wird jetzt auch gerade ein neues Paket auch auf Bundesebene diskutiert, mit den Grünen, mit den Koalitionspartnern der Bundespartei und wo die einen oder anderen Maßnahmen auch gesetzt werden. Es ist sowieso, wenn man das jetzt im Informationsfreiheitspaket so benennt, der Eindruck der letzten Zeit ist, die ÖVP ist ein bisschen, man kann es jetzt positiv formulieren und sagen, flexibler geworden, negativ formuliert ein bisschen beliebiger, also zum Beispiel die Waldviertelautobahn ist jetzt einfach weg und die Bundesstaatsanwaltschaft dafür lange nicht unbedingt als beste Idee in der ÖVP bekannt, kommt jetzt wahrscheinlich. Womit erklären Sie uns das? Für die Waldviertelautobahn war ja dieser Prozess gestartet worden, der nicht Ja oder Nein für ein Projekt geheißen hat, sondern was ist das Beste für das Waldviertel. Das ist untersucht worden, da hat sich die strategische Prüfung Verkehr gegeben und da ist halt herausgekommen, dass es eine Investition in die Infrastruktur auf der Schiene und auch in die Straßen auch geben soll. Daher auch ein großes Paket, 1,8 Milliarden für das Waldviertel, also so viel hat es noch nie gegeben. Davon rund ein Viertel für die Straße, drei Viertel für die Schiene, wo es Ertüchtigungen gibt, gerade wo die Strecken gerade gemacht werden, wo es Beschleunigungen gibt, damit man schneller dann auch von Gmünd auch in Wien ist. Also da passiert sehr sehr vieles, was auf der Schiene ist, Knotenhorn zum Beispiel und dergleichen mehr. Und auf der anderen Seite gibt es Straßenprojekte und Fahrungsprojekte, die jetzt auch realisiert werden und in den nächsten Wochen auch umgesetzt wird. Also ich glaube nicht, dass es hier einen Schwenk gegeben hat, wie Sie das betonen, sondern meiner Meinung nach ist eines ganz klar, man hat untersucht, was ist das Beste für das Waldviertel und das Ergebnis war jetzt das Konzept, das jetzt auch umgesetzt wird. Okay und die Bundesstaatsanwaltschaft? Ich glaube bei der Bundesstaatsanwaltschaft, man muss natürlich die gesamte Justiz auch in diesem Fall betrachten. Da gibt es viele Bereiche, die jetzt ja auch diskutiert werden und das ist ein möglicher Ansatz, dass man in diesem Bereich vielleicht in der Justiz wieder Ruhe hineinbekommt, dass in die Justiz da wieder dementsprechend gearbeitet werden kann. Dann schauen wir noch nach vorne, vielleicht gehen wir mit etwas Positivem ändern. Wir sind jetzt am Ende fast des ersten Quartals 2021, genauso herausfordernd wie 2020 wahrscheinlich. Was haben Sie persönlich oder was hat die ÖVP im Land noch vor für heuer oder vielleicht sogar darüber hinaus? Ist etwas in der Pipeline, was uns überraschen wird? Ich glaube man muss trennen, das eine ist die inhaltliche Arbeit, die Regierungsarbeit und das andere ist die Parteiarbeit. Wenn ich an die Parteiarbeit denke, als Landesgeschäftsführer natürlich das, wo ich mir die meisten Gedanken mache, dann hat es eine klare Vorgehabe gegeben von unserer Landesaufnahme. Wir dürfen nicht nichts tun, sondern wir müssen es nur anders tun. Und da haben wir viel nachgedacht, da haben wir auch sehr viele Formate entwickelt, sehr viel kommuniziert mit unseren Funktionärinnen und Funktionären. Videokonferenzen waren vielleicht für viele vor einem Jahr noch undenkbar mittlerweile. Alltäglich kann man fast sagen. Wir haben Veranstaltungsformate, die Corona sicher sind, wo wir Diskussionen sollten, wo wir uns mit Unternehmen vor Ort treffen und uns austauschen und dergleichen. Also ganz, ganz viele Maßnahmen, um zu zeigen, wir sind vor Ort, wir sind bei den Menschen, wir hören zu und nehmen das dann auch mit. Auf der anderen Seite Regierungsarbeit, ganz was Entscheidendes. Unsere Landeshauptfrau gibt hier ja auch ganz klar den Takt vor. Da gibt es viele Maßnahmen, die umgesetzt werden sollen. Infrastrukturprojekte, Unterstützung für die Wirtschaft, weil eines, und das ist unserer Meinung auch klar, man muss die Wirtschaft unterstützen. Die einzige Hilfe, die wir geben können, ist investieren, investieren, investieren. Das tut die Landeshauptfrau, die Projekte sind nicht zurückgestellt in schwierigen Zeiten, sondern sind, werden jetzt auch umgesetzt. Über 900 Millionen, die da quasi jetzt auch umgesetzt werden. Also da sichten wir mit investieren. Hoffen wir, dass wir perfekt, also besser aus dieser Krise herauskommen, als andere Länder. Das hoffen wir doch alle miteinander. Ernest Ibnall, Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich. Vielen Dank für den Besuch. Was ist jetzt das Erste, was Sie nach dieser Sendung machen? Neos anrufen und fragen, was die Frage soll. Nein, habe ich jetzt nicht vor. Ich werde jetzt das Wasser und ausdrücken, dann fahre ins Büro weiter, aber ich werde schon wieder der nächste Termin. Ja, Arbeit haben wir alle genug. Genau so ist es. Danke Ihnen für den Besuch. Ich sage Dankeschön. Danke Euch fürs Zuschauen bei unserer Interview-Spezialausgabe von Näher Dran und den normalen Wochenausblick, was in der Woche so los ist, die Niederösterreich News Show, wie immer ab Mittwoch auf allen Kanälen der Bezirksplätze Niederösterreich. Näher Dran. Danke, bis zum nächsten Mal. Wiederschauen. Näher Dran. Alle Video- und Podcast-Folgen findest du auf näherdran.tv. Alle Video- und Podcast der asymptot weirdensouchen Aber dos dabei reibring dieedy αποfips.